Du bist, du, ich wart schon ewig. Bitteschön. Danke. Heute ist Katastrophentag, sagt Frauke. Mhm. Tut mir leid, dass ihr warten müsstet, hier ist schon wieder mal die Hölle los. Ah, das ist nicht so schlimm. Du meinst, hast du einen Kaffee von mir bekommen? Ja, stimmt. Wie geht's denn Lisa Grossmann? Die ist noch im OP. Massive innere Verletzung. Möglicherweise war sie ja schon vorher bewusstlos. Wir haben in ihrem Blut einen hübschen Medikamenten-Cocktail gefunden. Selbst mal versuchen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie sie da noch eingenommen.